Wieder eine traurige Nachricht für die Gastrofreunde auf Sylt. Erneut verschwindet ein Traditionsrestaurant. Seit über 50 Jahren ist der Rauchfang in Kampen eine Institution. Nun wird er im nächsten Jahr abgerissen. Dann soll das Szenelokal einem neuen Gebäudekomplex weichen. Dies hat der Bauausschuss in Kampen in seiner letzten Sitzung genehmigt. Unter der Führung von Greta war der Ströhnweih 5 in den letzten Jahrzehnten eine der spektakulärsten und angesagtesten Adressen der Whisky-Meile. Und auch in den letzten Jahren blieb das Restaurant Rauchfang, Szenetreff und der Champagnerfloss noch in Strömen. Damit ist bald Schluss. Anstelle des Rauchfangs soll ein Gebäudekomplex mit zwei Einzelhandelsgeschäften, Wohnungen und einem Restaurant entstehen. Neue Eigentümer des Grundstücks ist eine Bauträgergesellschaft, die auch schon Eigner des gegenüberliegenden Restaurants Odins ist. Neues entsteht, aber eine über 50-jährige Gastroera in Kampen geht zu Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017